Wenn ihr eure Küche renovieren möchtet, aber kein Geld für einen neuen Kühlschrank habt, dann könnt ihr ihn weiterhin benutzen, auch wenn ihr ihn woanders hinstellen müsst. Wusstet ihr, dass ihr bei den meisten Kühlschränken die Richtung, in die sich die Tür öffnet, ändern könnt? Bei fast jedem Kühlschrankmodell lässt sich der Griff auf der anderen Seite anbringen. Ihr müsst nur ein paar Schrauben und Bolzen entfernen. Am besten notiert ihr euch aber die einzelnen Schritte und die Teile, die ihr entfernt habt. Was Werkzeuge angeht, braucht ihr nur einen Schraubenzieher, einen Schraubenschlüssel, eine Zange und ein Ratschenschlüssel-Set. Es gibt eine einfache Methode, das meiste aus euren Citrusfrüchten herauszuholen. Und das Werkzeug dafür befindet sich vermutlich irgendwo in eurer Küche. Vergesst teure Entsafter. Auch das gute alte Muskelschmalz braucht ihr nicht. Wenn ihr das nächste Mal frischen Zitronensaft braucht, benutzt einfach eine Küchenzange. Legt die Zitrone oder eine andere Zitrusfrucht in die Zange und drückt dann zu. So bekommt ihr im Handumdrehen den ganzen Saft. Apropos Früchte. Es gibt einen tollen Trick, um sie länger haltbar zu machen. Und dafür müsst ihr nicht unbedingt unreife Bananen kaufen. Legt sie in einen luftdichten Behälter und lagert sie im Kühlschrank. Je weniger Luft an die Frucht herankommt, desto länger hält sie. Was ist mit kleineren Früchten wie Erdbeeren? Aufgrund ihrer Oberfläche sind sie etwas schwer zu waschen. Hier ist ein netter Trick, um sie zu säubern. Mischt drei Tassen kaltes Wasser und eine Tasse Essig. Legt eure Erdbeeren in die Mischung und bewegt sie vorsichtig darin herum. Kießt die Mischung ab und spült die Erdbeeren unter kaltem Wasser ab, um den Essig zu entfernen. Tupft sie dann mit sauberem Küchenpapier trocken. Legt sie dann in einen luftdichten Behälter und bewahrt sie im Kühlschrank auf, bis ihr sie esst. Ich bin mir fast sicher, dass ihr diesen Gegenstand euer ganzes Leben lang falsch benutzt habt. Aber das habe ich auch. Kennt ihr diese Reisenackenkissen? Scheinbar tragen die meisten von uns das Kissen im Nacken und knöpfen es vorne zu. Aber einige Menschen behaupten, dass es sich besser anfühlt, wenn man das Kissen umdreht. Warum? Weil euer Kopf so von allen Seiten gestützt wird. So entlastet ihr euren Hals, falls ihr einschlaft und euren Kopf nicht mehr halten könnt. Außerdem wird auch euer Kinn gestützt. Ihr habt vielleicht schon mal merkwürdige Texturen auf Kleewegen bemerkt. Besonders in geschäftigen Bereichen oder an Straßen. Das nennt man Bodenleitsystem. Es wurde das erste Mal in den 60ern in Japan verwendet. Aufgrund seiner Effizienz wurde es bald weltweit eingesetzt. Inzwischen gibt es verschiedene Arten von Leitsystemen für verschiedene Situationen. Noppen werden zum Beispiel an Zebrastreifen eingesetzt. Das ist für Menschen mit Sehbehinderungen unabdingbar, denn es warnt sie vor der Straße. In den meisten Fällen besteht diese Pflasterung aus mehreren Reihen mit Noppen, die quadratisch angeordnet sind. Dann gibt es Pflasterungen mit runden Linien, die quer über den Weg verlaufen. Sie warnen Sehbehinderte vor einer Gefahr, zum Beispiel vor Treppen oder Rampen. Nach einem langen Tag gibt es manchmal nichts Besseres als Reste essen. Aber wenn ihr zu müde seid, vergesst ihr vielleicht, euren Teller mit Küchenpapier abzudecken. Und dann gibt es in eurer Mikrowelle eine echte Sauerei. Zum Glück kann man sie ganz einfach sauber machen. Und dafür braucht man keine speziellen Produkte. Mischt gleiche Teile Wasser und Zitronensaft. Gießt die Mischung in eine Schüssel und erwärmt sie für etwa eine Minute in der Mikrowelle. Die Säure der Mischung sollte helfen, die Wände des Geräts zu entfetten. Und dann könnt ihr den Rest einfach abwischen. Gehört ihr zu den Menschen, die beim Backen gerne experimentieren und Zutaten nicht gerne abmessen? Wenn ihr das nächste Mal Mehl braucht, könnt ihr einfach einen Schneebesen verwenden. Wenn ihr den Schneebesen in die Mehltüte steckt, könnt ihr damit ganz einfach Mehl herausholen. Ich glaube, ich liebe nichts mehr als einfache und schnelle Tricks, die mir die Hausarbeit vereinfachen. Wie dieser hier für Mülltüten. Ich wette, dass ihr das genau wie ich immer falsch gemacht habt. Öffnet eine Mülltüte. Ihr müsst sie nicht schütteln, um sie ganz zu öffnen. Die Öffnung der Tüte reicht. Stülpt die Mülltüte. Hast du dich schon mal gefragt, wozu diese zusätzlichen Löcher oben an deinen Laufschuhen dienen? Mit ihnen kannst du deine Schuhe mal anders binden. Das ist nützlich, wenn sie zum Beispiel enger sitzen müssen oder du mehr Platz für einen Zeh lassen musst. Außerdem kannst du so auch deine Schuhe individuell stylen. Nutzt du auch den Schutzumschlag des Buches als Lesezeichen? Der ist ziemlich praktisch, weil du dann keine Eselsohne in die Seiten machen musst. Aber der Hauptzweck eines Schutzumschlags ist, wie der Name schon sagt, das Buch zu schützen. Zum Beispiel, falls du Saft verschüttest oder etwas zu deinem Essen auf dem Buch landet. Die Tic-Tac-Schachtel hat einen Spender an der Öffnung, damit immer nur ein Tic-Tac rauskommt. Aber mal ehrlich, der nutzt niemand. Die meisten von uns schütten sich einfach welche in die Hand und stopfen den Rest wieder in die Schachtel. Stimmt's? Die Rillen in deinem Reifenprofil sind für deine Sicherheit da. Die erhöhten Kanten zeigen dir die Mindesthöhe deines Profils. Sind die Rillen und Kanten auf gleicher Höhe, solltest du so schnell wie möglich zum Reifenhändler fahren. Liegen die Vertiefungen aber deutlich unter den Kanten, kannst du beruhigt weiterfahren. Was ist mit dem schwarzen Gitter an der Mikrowellentür? Es wird Faradäischer Schild genannt und verhindert, dass die Mikrowellen entweichen und das Zimmer in einen Faradäischen Käfig verhandeln. Falls Mikrowellen entweichen, wird übrigens dein Essen nicht richtig warm. Dein Gitter ist also nicht dazu da, dass du dein Essen nicht beobachten kannst, während es erwärmt wird, sondern hält die elektromagnetische Energie drin. Hast du einen Schraubenschlüssel-kompatiblen Schraubenzieher? Ja, hast du. Leg den Schraubenschlüssel an den Griff deines Schraubenzieher und schon erhöhst du seinen Drehmoment. Das ist auch der Grund, warum der Griff des Schraubendrehers so aussieht. Wenn du schwer zugängliche Stellen hast, ist dieser Trick auch ziemlich hilfreich. Du hast bestimmt schon vom Mythos gehört, dass die blaue Seite des Radiergummis Kugelschreibe wegradiert. Stimmt's? Aber das stimmt nicht. Die blaue Seite dient auch zum Wegradieren, aber für dickeres Papier. Mit der Seite kannst du aber auch die Reste vom rosa Radiergummi wegradieren. Hast du dich schon mal gefragt, warum Orangen in Supermärkten meistens in roten Netzen verkauft werden? Das ist ein Trick. Sie sehen dann nämlich kräftig orange aus und verleiten dich eher zum Kauf. Ich hab noch einen Tipp für dich. Wirf das Netz nicht weg. Du kannst daraus einen neuen Topfkratzer machen, dein Spülbecken und Küchengeräte reinigen und auch zum Abwaschen nutzen. Siehst du, wie perfekt rund dieser Golfball ist? Seine Oberfläche hat aber auch diese kleinen Grübchen. Die hatten Golfbälle nicht immer. Ein erfahrener Golfer bemerkte irgendwann mal, dass ältere Bälle mit Unebenheiten wie Kerben und Beulen viel weiter fliegen konnten. Solche Unebenheiten sorgen nämlich für Turbulenzen in der Luft um den Golfball herum, was in diesem Fall den Luftwiderstand verringert. Also begann man, Bälle mit Grübchen zu produzieren, damit sie weiter und schneller fliegen konnten. Dir ist bestimmt schon diese Rille am Zahnstocher aufgefallen. Wenn du den Zahnstocher dort abbrichtst, hast du eine hygienische Unterlage für deinen Zahnstocher. Die Spitze berührt dann nichts. Vielleicht kannst du das folgende Feature in deinem Auto, das zu deiner Sicherheit dient. Ich spreche von der Lasche an deinem Rückspiegel. Du kannst nämlich die Position des Spiegels ändern, damit du nicht vom Verkehr hinter dir geblendet wirst, falls mal wieder einer mit Fernlicht fährt. Mit dieser kleinen Lasche kannst du Blendung von hinten kontrollieren. Dieses Feature gab es schon in den 1930er Jahren, aber erst in den frühen 1970ern wurde es serienmäßig in PKWs und LKWs eingebaut. Siehst du das kleine Loch an deinem iPhone, direkt neben der Kamera und auf der Rückseite? Das ist ein Mikrofon. Ja, es dient dazu, dass dein Telefon Ton aufnimmt, wenn du die Kamera umdrehst. Fragst du dich, was dieser dicke Zylinder am Ende des Kabels zu suchen hat? Der wird Ferritkern oder Drossel genannt. Darin befindet sich magnetisches Eisenoxid, das hochfrequente elektromagnetische Störungen verhindert. Du kannst doch das lästige Rauschen, wenn du mit deinem Telefon zu nah an einen Lautsprecher kommst, stimmt's? Das unterbricht dann dein Telefonat. Und die Zylindern an diesen Kabeln sind dazu da, um solche Unterbrechungen zu verhindern. Weißt du, warum fast alle Gepäcktaschen und Rucksäcke zwei Reißverschlüsse haben? Na klar, es ist bequemer und einfacher, sie zu öffnen. Aber nicht nur das, du kannst beide Reißverschlüsse auch einfach miteinander verschließen, um deine Wertsachen in deiner Tasche zu sichern. Du kennst diese Lücke zwischen Boden und Klotür in öffentlichen Toiletten wie im Einkaufszentrum, oder? Damit kann die Luft besser zirkulieren. Dank der Lücke ist es auch einfacher, die Toilette zu reinigen und du siehst, ob besetzt ist. Falls du im Klo mal stecken bleibst, weil das Schloss kaputt ist, kannst du durch die Lücke rauskrabbeln. Ist dir schon diese Plastikkappe hinten am Cutter aufgefallen? Cutterklingen haben auch diese Kerben, in denen du sie abbrechen kannst, um wieder eine scharfe Klinge zu bekommen, was aber gefährlich ist. Daher solltest du diese Plastikkappe nutzen, um sie abzutrennen. Bewegt den Schieber nach vorne und du hast wieder eine scharfe Klinge. Hast du dir schon mal einen Einkaufswagen genauer angeschaut? Dann ist dir bestimmt diese Metallschlaufe aufgefallen, die da rausragt. Sie ist dazu da, Dinge zu schützen, die in deinem Einkaufswagen kaputt gehen könnten. Häng da Tüten mit weichen Lebensmitteln ran, die von schweren Produkten zerquetscht werden könnten. Oder die leicht zerbrechlichen Dinge wie Eier. Deine Kaffeetasse hat bestimmt auch diese Einkerbung am Boden, stimmt's? Stell deine Tasse schräg in den Geschirrspüler und kein Wasser sammelt sich am Boden und deine Lieblingstasse ist trocken, wenn du sie aus der Spülmaschine holst. Bist du ein McFlurry-Fan? Dann kennst du den Löffel, der ein quadratisches Loch im Griff hat. Das ist für die Maschine, die das Eis mit deinen Lieblingszutaten vermischt. Die Maschine hat einen Stab, auf den der viereckige Löffel gesteckt wird. Und dann wird das Eis schön umgerührt. Den Löffel bekommst du gleich mit, um den Prozess zu vereinfachen. Ganz schön clever, findest du nicht auch? Vielleicht kennst du die großen Milchkannen aus Plastik, die an einer Seite eine Delle haben. Diese Delle ist aber kein Design-Element, sondern hat mehrere Funktionen. Einmal kann sie sich ausdehnen, wenn sich im Inneren Gas ansammelt. Das passiert, wenn die Milch sauer geworden ist. Du musst sie also nicht erst probieren, um das festzustellen. Außerdem ist die Delle ein Schutz. Delle kann auch viel mehr, zum Beispiel deine Terrassenmöbel reinigen. Gib einfach etwas Spülmittel ins warme Wasser, wisch dann deine Gartenmöbel ab und anschließend spülst du sie mit dem Gartenschlauch ab. Mit Spülmittel bekommst du übrigens auch fettige Flecken aus deiner Kleidung raus. Ob Nudelsoße oder Salatdressing, alles tropft beim Essen. Mach dann einfach etwas Spülmittel auf den Fleck und spül ihn mit Wasser aus. Für helle Kleidung nimmst du aber lieber farblose Seife. Bei hartnäckigeren Flecken lässt du das Spülmittel einwirken und wäschst das Kleidungsstück dann wie gewohnt in der Waschmaschine. Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, dir ein Lätzchen zu besorgen? Du hast alles versucht, deinen Kleiderschrank in Ordnung zu bringen, aber du kommst mit diesen riesigen Klamottenstapeln nicht klar? Dagegen gibt's eine einfache Methode, die wirklich effektiv ist. Sie heißt One In, One Out. Das heißt, dass für jedes neue Kleidungsstück ein Vorhandenes gehen muss. So einfach misst du deinen Kleiderschrank aus. Für Ordnung im Kleiderschrank sorgst du, indem du die Kleidung, die du am häufigsten trägst, auf Augenhöhe aufbewahrst. Du findest leichter, was du suchst und kannst es schnell rausziehen, wenn du mal in Eile bist. Die Klamotten, die du seltener anziehst, beispielsweise deine Abendgarderobe oder dein Lätzchen, bewahrst du in den Regalen über- oder unter Augenhöhe auf. Alte Blechdosen kannst du gut gebrauchen. Wenn du starke Magnete innen an die Dose machst, dann kannst du sie als magnetische Box nutzen. Dort passen alle möglichen Alltagsgegenstände rein, beispielsweise Küchenzangen, Eisportionierer oder auch Besteck. Und sie halten an allen metallischen Oberflächen, also auch an deiner Kühlschranktür. Versteckt in der Waschküche gibt es etwas, das perfekt gegen Tierhaare hilft. Damit klappt's manchmal sogar besser als mit der Fusselrolle. Schnapp dir ein Trocknertuch und mit etwas Ellenbogeneinsatz wirst du Hunde- und Katzenhaare im Handumdrehen los. Damit geht's auf fast allen Oberflächen, aber besonders gut auf Polstermöbeln. Nervt dich auch die quietschende Tür, wenn du ins Zimmer gehst? Dann hol dir ein Stück Seife und reibe sie an den Scharnieren entlang. Das hilft aber nur eine Weile, aber immerhin so lange, bis du es zum Baumarkt geschafft hast, um Öl zu kaufen. Hast du in Aufzügen schon den Stern neben einer Etagenummer gesehen? Nein, der zeigt nicht an, wo der VIP-Bereich ist. Der Stern zeigt, auf welcher Etage sich der nächste Ausgang befindet. Der muss nämlich nicht immer im ersten Stock sein. Meistens weist er auf die Etage hin, die der Straße am nächsten liegt. Hast du dich schon mal gefragt, warum Stoppschilder rot sind? Früher hatten sie keine bestimmte Farbe. Vor den 20er Jahren hatten sie nicht mal eine einheitliche Form. Erst 1922 erfand jemand das Achteck, aber anfangs war es gelb gestrichen. Was auch daran lag, dass die Sonne die rote Farbe so schnell ausgebleicht hatte. Daher war gelb die beste Option. Es dauerte etwa 30 Jahre, bis die ausbleichsichere Emaille-Farbe erfunden wurde. Und dann wurden die Stoppschilder wieder rot. Immerhin ist rot die beste Farbe, um etwas gut sichtbar zu machen, oder? Es gibt eine Rosenart, die wird größer als Menschen. Laut Guinness Buch der Weltrekorde wuchs der höchste Rosenstrauch, von dem man weiß, in Wien, in Österreich. Er war sage und schreibe 28,5 Meter hoch. Ja, das ist eine stattliche Größe. Dass wir alle einzigartige Fingerabdrücke haben, weißt du ja. Aber dass Tiger einzigartige Streifen haben, ist nicht so bekannt. Naja, hauptsächlich hilft das auch nur den Leuten, die mit diesen Katzen arbeiten. Die Streifen helfen ihnen, die Tiger voneinander zu unterscheiden. Ich wette, du wusstest nicht, dass im Keller des Weißen Hauses ein Blumenladen ist. Dort werden die Blumenarrangements für all die Veranstaltungen angefertigt, die dort stattfinden. Es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass Pizza zu einer Art Grundnahrungsmittel geworden ist. Spitzenreiter im Verkehr von Pizza ist Amerika. Es heißt, dass dort jede Sekunde 350 Pizzen verkauft werden. Anders gesagt, pro Jahr verdrückt dort jeder 13 Kilo Pizza. In Deutschland liegt der durchschnittliche Jahreskonsum bei 7,6 Kilo pro Kopf. Weißt du, wie man Zitronensaft bekommt, ohne dass die Kerne im Getränk landen? Pass auf. Zuerst schneidest du sie in zwei Hälften und dann drückst du sie mit einer Küchenzange aus. Aber das Spitzeende zeigt nach unten. Der Saft fließt, aber die Kerne bleiben in der Zitrone. Limo passt gut zu Pizza. Ich bestell mir jetzt eine Pizza.